Abdeck zum Wüstenspaziergang Schafflitzkacke Das kam aus meiner Hinterlade Jetzt ist es hier, ist das nicht schade? Der weite Weg Der weite Weg Du kannst deine eigene Pisse trinken Das kann nicht wahr sein, Alter Was ist denn das für eine Scheiße? Blub, 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 blub Das ist, das ist eine Reibachleitung, Alter Ich werde nie verdorst und kann ewig pissen Weiter Logbuch des Käpt'ns Wir haben was in Sicht Und sie befürchten, dass da kein Frockbewegungsmittel ist Herzlich willkommen zurück Zu The Long Rock In der letzten Folge haben wir unser Hot Rottie Schaft Was so liebevoll aufgebaut war Yes Cool Und hier ist kein Vorbewegungsmittel Und zu Fuß sehen sich die Folgen ewig hin So, ich denke, kann man die auch austauschen mittlerweile, ey Klub, 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 klub Das ist auch begrenztes Wasser, Alter Was ist denn das? Wer ist denn hier so knauserig in der Wüste? Das kann doch wohl nie abgehen So ein Auto werden wir nicht finden Und sowas wie ein Fahrrad Wüsste ich nicht, dass es hier gibt Also, keine Stunks zu überleben Wenn hier nichts an der Ecke noch steht Bleibt nur eins Was ist der heldenhafte Freitod Wenden wir dieses kurze Let's Play Fertig Ja So einen hatten wir mal Verzeiht Ich bin reif Ja, da können wir uns ja draufsetzen und mitdschonkeln Jetzt machen wir mal ein Blick um die Ecke Aber nein, hier steht kein Auto rum Teile für Autos, haufenweise, ja, aber Nichts, was man draus machen könnte Ein Schlauch zum Benzin-Klauch Wir haben nicht einmal Benzin abgezaffnet Hallo? Ja, da Entziehen Lass mich mal sprühen Den nächsten, der hier hochgabelt Wird das eine klebrige Angelegenheit So Und auf X Boah, das haut durch So Wir können ja nicht mehr hoch Doch, wir können auch hoch So So Jetzt verabschiede ich mich von The Long Drive Und den Leuten, die das wirklich geguckt haben Seher Und den Leuten, die das wirklich geguckt haben So Herzlich Willkommen zu The Long Drive Ein kleines außerordentliches Video Ja, ihr guckt richtig Wir haben einen Bus gefunden Und haben diesen auch gleich ausgeschlachtet Der Spiechner ist komplett neu Also da vorne irgendwo ist ganz klein zu sehen noch Eine kleine Tankstelle Da stand ein Bus rum ohne Sprit drinne Und wir haben den Motor rausgezerrt Haben den da reingesetzt Wir haben den Kühler rausgezerrt und da reingesetzt Natürlich die Reifen Was wir jetzt nicht haben, wie gesagt, ist Diesel für das Ding Weil mit Benzin wird er nicht einspielen Das heißt, wir müssen die paar Kilometer zurück Und gucken Dass wir Diesel kriegen Unseren Schlauch zum Akzaft haben wir auch verloren bei der Aktion Aber wir werden schon irgendwo bleiben Im Deckel Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020